Ich hatte das Glück schon mal mit dem A Cappella Chor zu arbeiten, ja am Jazz. Und damals wie heute ist es so, dass mich die Couragiertheit und das Gruppengefühl und die Dynamik, die so ein Chor entwickelt, die die Menschen entwickeln, die sonst nicht gewohnt sind, auf der Bühne zu stehen, das Stück dann so mit Leben zu erfüllen, dass man denkt, ja das sind eigentlich Leute, die das immer machen. Und das ist so das Schöne, dass Menschen ihre Geschichten auch einbringen, ihre Lebensgeschichte und mit so viel Freude dabei sind und mit so viel Engagement, dass du vergisst, dass du im Weinviertel bist und dass das der Brustler ist und dass das der Lehrer ist, sondern das sind einfach Menschen, die mit dir die Bühne teilen und die Geschichte mit dir erzählen. Und das gelingt dem A Cappella Chor immer wahnsinnig gut. Tevi ist ein Milchmann im 1905 Jahr sozusagen in einem kleinen Ort in Russland, in einem fiktiven Ort, einer Tevka, in einer kleinen jüdischen Gemeinde, einer kleinen orthodoxen jüdischen Gemeinde, sehr wichtig. Er ist sehr gläubig, er ist auch sehr belesen, er gibt allerdings die Worte so ein bisschen in seinem eigenen Sinne wieder. Er ist ein Mensch mit viel Humor, also ein Mensch mit viel Herz und diese beiden Sachen machen sein Leben erträglicher. Er ist ein Mensch, der sehr mit Traditionen verbunden ist, weil es einfach das Leben gelehrt hat, mit den Traditionen kann man am besten durchs Leben kommen. Aber der auch lernfähig ist, der sieht, wie sich die Zeiten ändern, der merkt, wie sich die Zeiten ändern und gerade natürlich an seinen Töchtern auch sieht, was man tun muss und was man tun kann, um die Traditionen ein bisschen zu biegen. Es ist natürlich sehr interessant, wenn einen die Leute kennen und das schönste ist eigentlich, das schönste Kompliment, was sie einem machen können, ist danach zu sagen, wir haben dich nicht wiedererkannt, weil dann hat man die Rolle erfüllt, dann hat man die Rolle mit Leben erfüllt. Natürlich wird es immer, es ist ja immer so ein Schauspiel, dass du viel von dir selber hergibst, viel von dir selber her zeigst und da ist es dann natürlich schön, wenn die Leute sagen, so keine Ärmer oder so keine Ärmer, ach ja, das ist ja der Bergermotz aus Oberschdorf, aber trotzdem die Figur Tevye voll erfüllt und voll die Geschichte heranträgt. Und wie es ausgeht, das können Sie dann selber sehen, wenn Sie eine Vorstellung besuchen.